Herzlich willkommen zu den IDEM Short Insights, unserer neuen Videoreihe, in der wir kurz auf aktuelle Themen des Donauraums eingehen möchten. Am Wochenende fand eine dramatische Sitzung des Moldauischen Parlaments statt. Am 8.6., einen Tag vor Ablauf der Frist zur Bildung einer neuen Koalition, hat sich die Sozialistische Partei gemeinsam mit dem Akumblock auf eine neue Regierung geeinigt. Maja Sandu von der PAS-Partei wurde zur neuen Ministerpräsidentin gewählt. Nach Ansicht der aktuellen Regierung, die unter dem Einfluss des Oligarchen Vlad Blahotnyuk steht, ist diese Frist allerdings schon am Freitag, den 7.6. abgelaufen. Und über das politisch beeinflusste Verfassungsgericht ist der Präsident Igor Dodon von der Sozialistischen Partei am Wochenende abgesetzt worden und der amtierende Ministerpräsident Paul Philipp hat seinen Posten übernommen und Neuwahlen ausgerufen. Das Verfassungsgericht hatte im März nach der Wahl diese für gültig erklärt und das Urteil am 9. März gefällt. Somit wäre die Bildung der Koalition, wenn auch knapp, vor Ablauf der Vorfrist jedoch rechtzeitig gebildet worden. Wir sind der Meinung, dass die Wahl von Maja Sandu legitim ist und wir hoffen, dass eine geordnete, gewaltfreie und friedliche Machtübergabe in der Republik Moldau stattfindet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020